liebe freunde weiter geht sie auf dem kanal vom old gaming dead lp weiter mit recoil mit dem panzerspiel aus dem jahre 19 unter 99 ja hier muss man aufhören weil wir waren ja schon eine halbe stunde im video nein da oben sind aufschau wieder so nöhnchen viele habe ich halt nicht von denen ich habe shit kram musste jetzt noch den berg runterfahren mal tüte also sowas aber auch wollte der gar nicht kaputt gehen so was haben wir denn hier noch zum einsammeln das braucht man wieder nicht wie ich mich kenne okay das brauchen wir auch nicht da unten das brauchen wir auch wahrscheinlich wieder nicht außer 100 prozent gesundheit ok 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 ich weiß wer ihr seid so 100 prozent gesundheit haben wir das ist doch schon mal positiv und wir haben nur noch eine einzige rakete es wird also zeit dass wir raketen finden ja wir dürfen unsere raketen einfach nicht schleudern wäre bloß noch eine gibt es da hinten vielleicht noch mal irgendwie was was irgendwas gelandet ist naja da haben wir ja ein bisschen was das brauchen wir ok gibt es ja noch keine raketen doch da hinten gibt es doch schon mal wieder ein bisschen was nein gibt es nicht aber da haben wir minen dann haben wir hier irgendwas lustiges und da haben wir was das sind bloß drei tück drei tück und nirgends ist was zu sehen dass es da noch irgendwo welche geben würde die wir dringend brauchen ja dann nähern wir uns doch mal von der anderen seite also sprich andere seite ist gut gesagt das ist doch munition ok da hinten ist noch ein böser böser ganz besser einfach zu wenig es ist einfach zu wenig was willst du hier was machst du da böser 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 junge kaputt kaputt und ich habe bloß noch eine rakete das ist natürlich böses faul ich möchte gar nicht wissen was uns noch so alles bevorsteht ja ja genau das hat ich mir ja fast gedacht 4 ne warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal machen wir das mal so diesmal ja 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 so kann der gleich zwei raketen abschießen wir noch aus dem bär ja 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 Jetzt ist aber langsam genug hier. Jetzt hat er nichts mehr, hast du keine Muni mehr, du Nasenfrecker. Ja, Transmission, ok, dann fangen wir doch lieber mal zurück, was, 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 Mission Complete, from the inside, ok, ok, das sollte erst einmal langen. So, wie, der wartet da hinten auf mich, ne, der wartet da hinten, das weiß ich jetzt schon, der Frecker wartet da hinten auf mich, damit er mir eine verbraten kann. Ah, da habe ich doch erwischt, die Saabake. Du Sau-Backe, du! Muss er jetzt? Er wird jetzt zurückgefahren, he? Okay, warte mal. So leicht machen wir es dir nicht, das Sockete, das Sockete, du, gell? Du Frecker. Achso, dann müssen wir umschalten auf die 4. Irgendwo ist er doch. Hast du dich hier unten versteckt, gell, du? Du hast dich versteckt, gib zu. Okay, das war's mit dir, he? Ja. Ja. Hätten wir doch gleich so machen können. So, gibt's hier noch irgendetwas? Nein, momentan nicht. Also, wir müssen da rein. Das heißt, wir müssen aber erst einmal hier runter und müssen ein bisschen was aufsammeln, ne? So, wir nehmen erstmal unsere Waffen auf, äh, Waffen auf, Munition auf. Brauchen wir da was? Ne, ne? Ah, ich... Brauche immer nie was. Hu, 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 hu. Äh, das brauchen wir... Da. Das brauchen wir doch. Unsere... Unsere tollen Minen, die wir so schön rumschleudern. So, und dann da, das brauchen wir auch. Sind wir wieder zu 100% voll. Okay. Das brauchen wir nicht. Doch. Haben wir ausnahmsweise mal gebraucht. Toll. So, da brauchen wir nix, he? Doch. Doch, haben wir auch gebraucht ausnahmsweise. Ups, was war das da? Äh, äh, äh. Ja, da hinten, das Zeug brauchen wir ja noch. Darum, 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 darum. Das ist ja alles gut diesmal. Endlich mal ein gescheiter Munitionshaufen. Das brauchen wir nicht. So. Na ja, gut. Dann... Ab in die Höhle des Löwen. Ah, ah. Na, kommt doch, zurückgefahren. Wir warten schöne Böhmchen auf euch. Weichlinge. So viel habe ich ja nimmer, ne? Na ja, da warten garantiert wieder irgendwelche Proventsmänner auf uns. Na ja, genau. Oh oh, wer hat mich getroffen? Na ja, gut, das sind halt die letzten, ne? So, so in etwa. Gibt es irgendwas zum einsammeln? Laser Saber Energy. Ah, ah. Nicht schon wieder so ein... So ein Dings da oben. und nach unten. Post, Kann ich mir gleich mal wieder ein bisschen Gesundheit holen? Hilft nix. Wo haben wir denn noch ein bisschen Gesundheit gehabt? Da hinten war glaube ich noch ein bisschen was. So, das da. So und dann hat man doch hier glaube ich noch mal irgendwo Gesundheit. Keine Gesundheit? Doch, weil ich. Ah, was gibt es da hinten Neues? Es gibt Minen. Wo haben wir denn? 28 Stück. Natürlich jetzt nicht gerade unbedingt die Welt. Aber, sagen wir mal. Ups. Besser wie gar nix. Besser wie gar nix. Ups. Nicht da runterfahren. Das brauchen wir nicht. Wir haben 100%. Okay. Nein, nein. Nicht verfahren. So, auf geht's. Wie weit sind wir denn? 15 Minuten haben wir. Oh, das ist. Das ist was größeres, gell? Ja. Also das war was größeres, sagen wir mal so. Oh, und da oben. Der Flutschi da oben. Der Flutschi Flutschi. Kommen wir da oben hin. Wie weit fliegt das Ding? Ja gut. Ob das jetzt was geholfen hätte, ich weiß es nicht. Oh je, oh je. Ich ahne schon wie der fürchterlich ist, ne? Ja, ja. Ich ahne fürchterlich ist. So. Mhm. Also den hat es auch erst einmal zerbröselt, ne. Den hat es auch zerbröselt. Da fährt einer immer rauf und runter wie so ein Verrückter. Und da haben wir so ein komisches, das Ding lebt da immer noch. Warum lebt denn der noch? Jetzt nimmer. Okay. So, was bist denn du da drüben für einer? Okay, also du warst was. Huch, Hilfe. Hallo. Ich will da wieder hoch. Ach komm jetzt her auf. Sag bloß nicht, ich komm dann nimmer hoch. Ah ne. Ach komm, ne. Jetzt bitte. Ah, siehst du. Geht doch. Warum muss das immer so kompliziert gemacht werden? So, da gibt es doch bestimmt irgendwas zum Heilen hier, ne. So, und was ist jetzt, ähm... Da ist nix. Da kann man höchstens reinfallen, okay. Da, das brauchen wir doch. Ja, sag ich doch, dass wir das brauchen. Ach so, jetzt tun wir erst einmal Angst speichern, ne. Wir tun erst einmal wieder Angst speichern, okay. Und, dann schauen wir mal, also da ist nix für uns, ne. Müssen wir da rauf, ohne runterzufallen. Ah ja, danke, 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 nein, ich weiß ja so wild, so schnell will ich auch nicht runterfahren. Wer war denn das? Ach, der Kleine mit seinen Frosch-Augen wieder. Okay. Der Kleine mit seinen Frosch-Augen, ne, da schaut einer hoch. Okay, dann holen wir uns erst einmal die Jimoni. So, und dann, was können wir denn da alles kaputt machen? So, das hier? Ne, ne, das nicht? Okay, dann halt nicht. Dann machen wir halt das kaputt. Ach so, dann, dafür geht das dann auf. Okay, alles klar, wunderbar. So, und wie viel böse sind jetzt hier? Das kann ja nicht alles sein, ne. Alles. Waren wir schon klar, das waren wir jetzt schon klar. Dass das da nicht alles sein kann. Was da rumlauert auf mich. Hm? Echt? Das ist alles. Ich glaub's ja nicht. Komm ich dann da auch wieder rauf. Gibt's da unten irgendwas hat er mal. Da müssen wir mal. Und da gucken. Gibt's da was? Also, ich seh jetzt nichts, wo ich sagen würde, das wäre gefährlich. Aber, wir wissen ja wie es ist. Ah. Da können wir noch nichts öffnen. Da schaut einer an. Oh, wo hänge ich denn? Äh, da kann ich nichts machen. Na, 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 na. Ah, doch. Da kann ich was machen. Okay, 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 okay. Was haben wir denn? Schon wieder 23 Minuten. Oh, Mann. Hey, die Zeit geht da hin. Ach so. So, wir haben bloß 82, 82 Prozent Leben. Ne, warte mal. Das, äh. Ach, das müssen wir ein bisschen ändern. Also 82 Prozent Leben. Aua, Hilfe. Geht es dann? Ja, also aufgegangen ist es ja, ne. So, wir müssen jetzt noch einmal uns Leben holen. Ach, wo haben wir denn? Aua. Nein, jetzt bin ich wieder da runtergefallen. Nun, na, wieder. Gut. So, Leben. Leben, bitte Leben. Wir brauchen Leben. Meine Miene, nein, wir brauchen Leben. Hier war doch irgendwo noch Leben. Eben war doch hier noch Leben. Irgendwo hier unten war noch was. Äh, nein, nicht. Wieso nicht? Ah, erzählt doch kein Zeug. Hier muss Leben sein. Kein Leben. Kein doch da hinten. Dann nehmen wir erst einmal, up, da fahren wir nicht drüber, über den Hubbelhaufen. So, dann sind wir erst einmal wieder bei 100 Prozent. Okay. Und dann haben wir hier noch einmal. Einmal Leben. Aber ich habe gedacht, da oben war auch noch mal Leben. Hm. Soll ich mich so getäuscht haben? Ich weiß, das ist da hinten noch da. Da, da ist es doch. Also, da hätten wir zweimal Leben. Okay, das da hinten, das haben wir ja schon eingesammelt, glaube ich. Okay, alles klar. Kann man da was kaputt machen? Gut. Dann wissen wir Bescheid, dass wir jetzt noch mal zweimal Leben haben. Gut. Zweimal Leben. Dreimal Leben. Okay. Dreimal Leben. Also, dreimal Leben hätten wir noch. Merkt euch das einmal, Leute. Damit wir, wenn ich dann euch frage, wie viel Leben, das wir noch haben. Ihr mit, ach, verkehrt abgebogen. Damit ihr mir das sagen könnt, dass wir noch dreimal Leben haben. So, ähm, wohin? Nein. Nein. So, da müssen wir rein. Okay. Wumms. So, gibt es da irgendwas? Ach ja. Also, machen wir erst einmal 26 Minuten. Save game. Save. Ihr wisst ja, ne? Vorsichtshalber immer ein bisschen abspeichern. Nochmal irgendwo was grün ist. So, wie viele tausend Feinde warten jetzt auf uns? Ne, ich ahne, ich ahne schon wieder fürchterliches. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ach, ich speicher gleich noch einmal ab. Ich speicher gleich noch einmal ab. Ups, nein. Das brauchen wir. Da. So, okay. Zählst du mir bloß nicht, dass hier keiner auf mich wartet? Äh, ja, 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 ja. Ah, ja, ja. Oh, oh, der Strötzlmann. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hilft das was? Warum denn nicht gleich so? Incoming transmission, mission complete, okay. Ich glaube, ich sollte wohl verschwinden. Landest du nicht? Doch, dein Glück. Ja, da haben wir das auch geschafft. Also die paar Minütchen werden wir noch, die werden wir noch, oh jetzt habe ich bloß noch 36 Gesundheit, aber das ist wurscht. So, also ab ins Frachtflugzeug. Oder gibt es hier nochmal Leben? Nein, gibt es nichts. Also rein ins Flugzeug und ab in die nächste Mission, liebe Leute. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Schon brutal, brutal, sag ich ja mal. Na komm, mach weiter und zeig, wo wir jetzt landen werden. Chemical. Ach Gott, da unten tun wir starten und dann soll ich da als erstes dahinter fahren. Oh, gotcha. Oh, gotcha. Mhm. ich anschein wieder fürchterliche achten scheibenklaster wo setzen der mich jetzt ab im wasser bist du nattisch bei den ganzen feinde nein 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 überall ach du scheibengleister war der flow ist ja hier richtiges action ne 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 ihr habt ja wohl ein klatscher also gut den 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 hätten wir weg ach so sorry ich fange hier gleich mit der mission an wir wollten doch eigentlich erst einmal aufhören weil wir sind ja schon über 30 minuten okidoki liebe freunde also wenn ihr wissen wollt wie es hier weitergeht und ob ich mich jetzt hier behaupten kann dann schaut einfach wieder rein in die nächste mission das ist dann die fuchtzehner und die sechzehner hier das ist die fuchtzehner und dann kommt die sechzehner okidoki also dankeschön fürs reinschauen für die zeit die ihr euch genommen habt danke für like und kommentare und dann holt rio bis zum nächsten video euer old gaming dad lp tschüssikowski tschau tschau holt tschüssikowski 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 tschüssikow